Oh mein Gott Leute, es ist endlich soweit, der Cloak Shadow Skin ist da, nachdem ich ja die letzten Wochen vergieblich auf den gewartet habe, ist der heute endlich rausgekommen. Er war ja auch schon eine Weile im Rettet-i-Welt-Shop und ab heute ist der Cloak Shadow jetzt auch im Fortnite-Better-Royal-Shop drin. Ein richtig geiler Skin und ich werde diesen Skin auch noch an euch verlosen, an alle meine Creator-Unterstützer, die mich halt hier als Creator eingetragen haben. Wenn ihr den also, diesen Skin heute, komplett kostenlos gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz Snoxy als Creator eintragen. Einfach ganz kurz, Leute, wenn ihr gleich noch eine Fortnite spielt, unten rechts auf Unterstützer einen Creator klicken und dort Snoxy eintragen, also S-N-O-X-H-I. Gerne mal nachschauen, ob es noch drinsteht an all die Leute, die das schon mal in den letzten Tagen und Wochen gemacht haben, denn alle zwei Wochen resetet sich das ja automatisch, heißt also, dann ist das Feld wieder leer. Also ja, geht einfach mal kurz in den Fortnite-Shop, tragt dort Snoxy ein, dadurch unterstützt ihr überhaupt auch diese ganzen Gewinnspiele hier, denn sonst ohne euch könnte ich das nicht machen. Heißt also, wenn ihr weiterhin immer jeden Tag so krasse Gewinnspiele sehen wollt, einfach nur Snoxy dort eintragen, denn ich benutze das Creator-Programm ja, um euch damit was zurückzugeben. Also, ja, geht kurz in den Fortnite-Shop, tragt dort Snoxy ein und wenn ihr das gemacht habt, schreibt mal heute ein Hashtag Creator unten in die Kommentare und ja, dann könnt ihr heute wieder den Cloak Shadow gewinnen. Ja, geht gerne kurz rein, dauert nur wenige Sekunden dort Snoxy einzutragen, würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Cloak Shadow, dem heutigen Highlight des Tages. Auf jeden Fall ein richtig geiler Skin, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist erstmal der Skin selbst, also hier ohne Backpack, ich zeige ihn mal von allen Seiten. Er hat auch so schwarze Hände, ich muss mal ganz kurz hin und her. So, jetzt. Es gibt hier immer so zwei Posen für den Skin, einmal die mit den verschränkten Armen und einmal die mit offenen. Genau, jetzt sieht man seine Hände auch ein bisschen besser. Schaut finde ich ziemlich cool aus, der Skin. Er hat auch so leuchtende Augen, die auch wieder freischwebend sind, heißt das so, da ist kein Kopf drin, sondern die Augen sind einfach nur so fliegend, also wie so eine Geistform quasi. Dazu hat er noch so eine Art Geweih mit so, äh, ja, so leichten Schatten dran. Und halt, ähm, hat er auch hier so ein Partie-Effekt selbst an den Händen. Und dann gibt es natürlich den Backpack, was für mich das geilste am Skin überhaupt ist. Diesen richtig geilen Backpack hier. Das sind so Flügel, die so selbst so an den äußeren Enden so Schatten dran haben. Schaut richtig cool aus. Ähm, und ich finde, das ist ein Backpack, den man zu unglaublich vielen Skins verwenden kann. Wir haben vorhin schon im Stream so ein bisschen darüber geredet, welche Skins man alles dazu spielen kann. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr meint, zu welchen Skins hier dieser Backpack eurer Meinung nach am besten passt. Also zum Beispiel hier die Highlandkriegerin, genau zum Beispiel die fand ich ganz nice. Vielleicht hier, ähm, die Geißel. Ich fände auch die Gaunerin ganz nice. Besonders geil fand ich auch die Elite-Agentin damit. Dann hatten wir noch Ideen, ähm, warte, ich glaube der Schwarze Ritter war auch noch häufig im Chat. Dann, äh, auch noch der John Wick, den finde ich auch, das sieht aus wie so ein, wie so ein Engel. Wie so ein, oder der Tod so ein bisschen, einfach halt so der Tod kommt, der Sinsenmann kommt. Hat hier auch noch so, so Flügel drauf. Ich finde, da gibt es halt echt einige richtig coole Ideen. Schreibt mir mal eure, eure Lieblings, äh, Variante da in den Chat. Vielleicht auch der Rabenskin zum Beispiel. Auf jeden Fall ein richtig geiler Backpack. Kann ich also sehr empfehlen, ich würde mir alleine wegen den Flügen schon den Skin hier holen. Der Skin ist auch nicht schlecht, aber ich finde die Flügel reißen das nochmal komplett raus. Ich bin ja ein Fan von den Flügen, oder von so generell Flügen hier in dem Spiel. Aber die Flügel finde ich nochmal um einiges geiler als die, die es bisher so gibt. Also, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich diesen Skin zu holen. Und wie gesagt, wenn ihr den heute komplett kostenlos gewinnen wollt, einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen. Ihr seht auch hier schon unten mit diesem Kaufunterstützer Snoxy. Ist komplett kostenlos für euch, dauert nur wenige Sekunden. Einfach nur kurz in den Funeral Shop gehen und hier Snoxy als Creator eintragen. Und dann könnt ihr heute schon den Clochetto-Skin komplett kostenlos gewinnen. Außerdem nehmt ihr dann immer an den zukünftigen Winnspielen teil. Deswegen, tragt gerne Snoxy dort ein. Wird mich mega supporten. Auch dafür, dass ich hier jede Nacht für euch aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Deswegen, tragt es gerne ein. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Slot. Dort haben wir erstmal den Tomatenkopf-Skin drin für 1500 Wibers. Ein, ja, ziemlich lustiger Skin. Er hat auch diese Challenge dazu. Ein bisschen was Besonderes. Denn diese Challenge ermöglicht einem, wenn man die abschließt, hier diesen alternativen Style freizuschalten. Da bekommt man diese Krone aus Besteck. Ist eigentlich ganz lustig gemacht. Und werte den Skin nochmal definitiv auf. Dazu haben wir noch die Axtroni für 800 Wibers. Ich spiele auch mir hier kurz den Sound-Up. Aber ihr seht, der Käse klebt noch dran. Ja, ist auch ganz in Ordnung. Ist aber jetzt keine so krasse Empfehlung. Ich würde mir heute auf jeden Fall eher den Clochetto-Skin holen. Finde ich auch ein bisschen lustig, dass der irgendwie komplett englisch ist. Die meisten Sachen sind ja übersetzt worden, aber, ähm, ja, Clochetto anscheinend wollten sie nicht übersetzen. Dann haben wir noch auf der rechten Seite das wahre Herz drin. Ein, der jetzt mit ziemlich cooler Musik. Dann haben wir noch den Sternennachtpflug für 800 Wibers. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Ist jetzt auch nichts so Besonderes. Hier sieht man, glaube ich, diesen Tower von, von Tilly Towers drauf. Dann haben wir noch den Julezeit Ranger drin für 800 Wibers. Ein relativ preiswerter Weihnachts-Skin. Jetzt nochmal, wahrscheinlich das letzte Mal heute im Shop. Dann haben wir noch den Cliffhanger für 800 Wibers. Eine schöne kleine Hacke. Ich spiel mal kurz den Sound-Up. Passt dann auch gut zu den Skifahrer-Skins. Und dann haben wir noch den Salto-Tastisch. Genau, man macht einmal kurz so ein Salto und Postern. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages die Mr. 11 drin. Für 800 Wibers ebenfalls ein relativ preiswerter Skin. Für 800 Wibers finde ich die auf jeden Fall sehr, sehr gut gestaltet. Nicht so unaufwendig gemacht, sondern hat halt schön viele Details. Deswegen kann ich den auch auf jeden Fall noch empfehlen. Und wie gesagt, denke ich mal, dass auch die heute zum letzten Mal jetzt dieses Jahr drin sein wird. Und wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr, Ende des Jahres zu Weihnachten wiederkommen wird. Also, falls ihr euch noch hier einen der Weihnachtsgenzonen wollt, heute nochmal zuschlagen. Und, jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und auch wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Also, top oder flop. Und dann nöse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja einmal dieses Set-Verlost, das neue Fischstäbchen-Set. Und der Gewinner vom gestrigen Gewinnspiel ist der liebe Lama-GTA. Schreib mich bitte auf Instagram oder Twitter an, dass ich dir deinen Code zuschicken kann. Und, jo, da muss ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und habt alle noch einen entspannten Tag und wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Oder morgen Abend wieder zum Stream bis in den neuen Shop. Das mache ich ja auch aktuell jeden Tag immer abends. So ab 23 Uhr etwa stream ich dann bis zum neuen Shop. Wenn ihr Bock habt, schaut also gerne mal vorbei. Auf die Endcard packe ich euch jetzt noch zwei Videos. Also, klickt ihr gerne mal an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und dann, wie ich sagen, hören wir uns dort. Ganz viel Spaß damit und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.